Sobald geileres Wetter ist und das Auto eingefahren ist, 1.600 Kilometer ist auch eine Menge. Können ja mal fragen, ob ich den Porsche fahren darf. Trymax. Moin Trymax, Willi hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Porsche. Mega geiles Teil, mega geil, finde ich ultra. Hast du dir auch verdient, super Ding. Wenn du willst, kann ich den auch gerne mal einfahren, beziehungsweise mal fahren. Musst mir nur sagen, ob du Bock hast, wann du Zeit hast, Digi. Und dann würde ich nach Hamburg kommen. Und dann fahr mal, ja, fahr mal die Elster ein bisschen den Porsche. Lass es mich wissen. Moin. Ist die Elster richtig gewesen? Elster. Elster ist ein Vogel, ist das ekelhaft.